servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um den weekly reset was ihr in dieser woche alles so tun könnt was ihr lassen könnt oder auch nicht wir starten rein in die zweite id von shadowlands und kurz vorweg noch mal ein bisschen werbung für meinen sponsor holy energy alle produkte wieder auf lager und ich kann nur sagen wenn ihr beziehungsweise im stream haben jetzt auch schon einige gesagt dass sie einige sorten im sommer richtig richtig feiern ich kann euch empfehlen gerade jetzt für den sommer wenn ihr was wollt eine gesündere alternative zu normalen energy drinks also mit deutlich weniger zucker drin ohne großen künstlichen bullshit und mit echtem fruchtgeschmack guckt euch mal das probierpaket an alle sorten sind darin vertreten und das beste ist legt euch die dinger mal ins eisfach oder schmeißt ein paar eiswürfte rein wenn es richtig heiß draußen ist richtig richtig gut nicht nur beim zocken sondern ich nehme es auch gerne beim arbeiten code g65 für 5 euro rabatt oder g610 für zehn prozent in der video beschreibung ansonsten diese id habt ihr natürlich eure erste volt die aufmachen könnt und den loot sammeln könnt wenn jetzt so gar nichts drin ist was eher unwahrscheinlich ist könnt ihr euch aber hier jetzt dann auch sockel für season 4 holen also das ist ganz interessant kosten auch nur drei dieser bediensteten zeichen statt wie vorher sechs also da kommt man schneller dran aber ich gehe mal davon aus bei den meisten sollte in der regel ein item upgrade aus der truhe mehr sinn machen dann haben wir die quest abgesandter des krieges gibt euch ein 291er item aus allen fated raids also aus natria aus sanctum der herrschaft aus dem mausoleum das interessante an der geschichte ist selbst wenn ihr sagt boah ich hab doch schon 295 was will ich damit aber wenn ihr genug mythisch bosse legt und zum beispiel das ding hier dann 20 von gesammelt habt und ein hc beziehungsweise normal mit einem mythisch item umwandeln könnt kann das item aus dieser truhe ziemlich nice sein dementsprechend würde ich euch empfehlen denkt an die weekly und es können auch gleichzeitig 298 items drin sein also es muss nicht zwangsläufig 291 sein beispielsweise 298 war vom kerkermeister kann drin sein das nur mal so nebenbei ansonsten m plus diese woche die affixe verstärkte blutig schrecklich verhüllt und der name schrecklich trifft schon ganz gut so für so dungeons wie das grimmgleis depot beispielsweise super eng dazu noch die blutpfützen quasi wie vergangene woche nur anders beschissen kann schon sehen dass einige darauf wieder gar keinen bock haben werden die einen sagen zu recht die anderen ich finde es gar nicht so schlecht die instanz aber man merkt halt dass sie nicht wirklich für mythisch plus konzipiert wurde ansonsten tapferkeitspunkte könnt ihr bei deinen farben bis ihr tot umfallt eroberungspunkte das cap diese woche liegt bei 2000 punkten also die haben immer noch einen kleinen nachteil blizzard sagte ja das soll ja zügig entfernt werden ich schätze mal so spätestens nach einem monat anderthalb könnte es da vielleicht soweit sein wir haben natürlich durch diese weekly quest noch den buff dass jeder dungeon endboss einen zusätzlichen gegenstand fallen lässt also wenn ihr nur auf mythisch null da reingeht oder so lohnt sich das teilweise doch ja ganz gut also es kommt halt darauf an mit dem low gegierten char ist es gar nicht mal so schlecht ansonsten werfen wir einen blick in den kalender wir sehen schicksalhaft ist diese woche das sanctum der herrschaft sprich da droppt besserer loot raus egal ob elf eher ob normal mythisch oder hc und auch diese quest jenseits des schicksals könnt ihr auf allen schwierigkeitsstufen abschließen die händler dazu wo ihr dann am ende die items einkaufen könnt werden rechts hier neben der schatzkammer stehen die sollten dann nächste woche wenn die quest beendet werden kann am start sein ansonsten haben wir noch den dunkelmond jahrmarkt aktiv bis samstag 23 59 also wenn ihr da noch irgendwas haben wollt ran an den speck wir haben nächste woche das ski 6 abonnenten abonnenten special holy shit also wenn ihr daran teilnehmen wollt es wird nicht nur wo w geben aber wir machen raid m plus und sonst was meldet euch gerne an wenn ihr da bock drauf habt g6 youtube heißt die community in game darüber könnt ihr euch anmelden sollten wir sehr sehr viele leute werden und es gehen halt nicht mal mehr als 30 in den raid rein wer hier fix angemeldet ist und auch da ist bekommt dann den zuschlag auf jeden fall ansonsten habt ihr natürlich noch die weekly pvp quest und so weiter und so fort wenn ihr da da bock drauf habt theoretisch hättet ihr hoch genug gepusht hätte die letzte woche glaube ich schon keystone master machen können diese woche geht es aber auf jeden fall dadurch dass jetzt verstärkt am start ist wir haben hier die pvp quest kampf observation also auf zufälligen schlachtfeldern rum ballern und teamwork ist auf gewerteten schlachtfeldern also diese woche ist sehr sehr bg lastig was ebenfalls noch interessant ist durch das fated oder durch den fated affix world boss morget ist diese woche verstärkt also und das ist auch neu glaube ich diese world quest hier schicksal herausfordern für 500 anima aber world boss morget ist verstärkt gibt loot auf ich glaube 285 war das und so wenn wir uns das jetzt mal anschauen was noch mal mit drin ist schatten lander morget nächste woche ist dann andros verstärkt er droppt zum beispiel stoff handgelenke leder hände kette hände platte gürtel leder gürtel platte und stoff beine sowie kette füße und ein trinket was für manche caster gar nicht mal so schlecht ist also lohnt sich definitiv das auch mit twinks zu machen entschuldigung ihr habt zudem die möglichkeit kosmischen flugs zu fahren über mausoleum ganz normal und über den fated rate das sanctum der herrschaft die dropraten von drop rates so um von kosmischen flugs im pvp mythisch plus und rate wurden um 100 prozent erhöht also da könnt ihr noch besser farmen in dieser woche dazu ebenfalls interessant wir haben alpaca molly wieder verfügbar über dünen schlinger kraulock also knallt den oben und ihr habt eine chance auf alpaca molly zehn prozentige chance ich habe heute abend noch mal ein video wo das ganze ausführlicher erklärt ist für neulinge da wir doch sehr sehr viele leute hier neu auf dem kanal hinzugewonnen haben plus in dalaran von legion haben jetzt die quest aktiv auf dem rechten pfad und wer sich entsinnen kann ich habe das ja die vergangenen wochen immer schon ein bisschen beleuchtet könnt ihr euch diesmal über die archäologie quest eine coole belohnung holen und zwar den geist von echero die quest ist nur diese und nächste woche aktiv und nimmt euch so ungefähr je nachdem wie viel glück ihr habt zwei bis drei stunden glaube ich in anspruch bei mir hat es damals etwas über zwei gedauert ihr müsst archäologie gelernt haben damit ihr die quest seht aber es ist egal ob ihr das auf stufe 1 oder auf stufe 743 habt wenn ihr die quest habt werdet ihr zum hochberg geschickt und dort müsst ihr dann 600 fragmente knochenfragmente von echero sammeln in den ausgrabungsstätten des hochbergs 600 ist halt eine ordentliche latte aber ich sag mal so es lohnt sich wenn ihr da dran bleibt denn am ende bekommt ihr dieses schöne mount den geist von echero sieht wirklich ziemlich ziemlich schick aus es ist jetzt nicht die spannendste aufgabe aber ihr habt halt zeit über die nächsten zwei wochen und weiß nicht macht jeden tag ein bisschen oder so guckt dabei eine serie auf netflix oder sonst was keine ahnung guckt ein key 6 video wie ich mich aufrege und dann vergeht die zeit hoffentlich wie im flug und damit sind wir mit den wichtigsten punkten für diese id so ziemlich durch worauf ich auch noch mal hinweisen möchte vielleicht kam das ich hatte zwar auch ein extra video zu gemacht aber vielleicht kam das auch im letzten video zu kurz die 278er kondo jetzt könnt ihr euch jetzt auch ohne anforderungen in sachen m plus wertung oder rate oder pvp kaufen zwar bei den vier händlern oder fünf händlern kostet 10.000 kosmischer flux also das ist relativ ordentlich dafür werden dann alle eure medien auf 278 aufgewertet ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant jetzt wo man mehr kosmischer flux bekommt ansonsten jetzt sind wir aber wirklich durch danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr freuen wenn ihr ein like und ein abo da lasst bis dahin habt eine gute zeit reingehauen